Die rührende Geschichte eines Hundes, der seinem Herrn die Treue hält, bis übers Grab hinaus. Ein Film voller Dramatik, Ruf der Wälder mit Hans-Jürgen Bäumler, Mario Girotti, Gerhard Riedmann, Johanna Matz, Rudolf Prak, Paul Hörbiger, Judith Dornis, Erich Padalewski, Rolf Olsen, Franz Muckseneder und dem deutschen Vorstehhund Rikki. Als Hunde-Baby und später als Erwachsenen-Jagdhund. Sie haben mir viel zu erzählen. Was es Neues gibt in Kaprun. Alles will ich wissen. Auch den Tratsch und... Hey, langsam, langsam, Makerovi. Bei mir vorne sitzen nur Menschen. Leute, kapischa? Fremdarbeiter und Hunsfieger gehören nach hinten. Er muss hier gewesen sein. Ja, und er hat jetzt eine Waffe. Ja, nur Platzpatronen. Der Mann ist tot. Ich halte es nicht mehr aus. Wir können gar nichts tun. Ich gehe Ihnen entgegen. Wenigstens ein Stück. Ich komme mit. Na, unser gnädiges Freilin quält Ihnen aber, weißt? Ha, und ob mir die gefällt. Du gefällst mir oder ich flieg auf dich. Und wie habe ich zu reagieren? Sie sind ein Gauner. Sie können doch fabelhaft Deutsch. Nein, 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 überhaupt nichts Deutsch. Madonna sagt, die ganze Welt lieb zu haben. Aber weil die ganze Welt zu groß ist für einen Mensch allein, muss ein Mensch einen anderen Menschen aussuchen und ihn lieben für die ganze Welt. Es wird auch so weit kommen, als sage ich dir, dass uns die Macaroni die Mädel wegschnappt. Das Geilte ist ein ausgezeichneter Schlosser. Aber immer wieder hat man Anstände mit ihm. Läubergeschichten. Nein, rauf herein. Zieh, ab, zieh! Schön ruhig, Bella. Ruhig. Es wird hier alles wieder gut. Ja, das ist einmal im Leben so, dass es halt anders kommt. Ganz anders. Und für jeden ganz anders. Grandiose Bilder aus der gewaltigen Bergwelt unserer Alten. Ein Hund steht zwischen Liebe und Hass der Menschen. Hervorragende Schauspieler gestalten die spannende Handlung zu einem einmaligen Erlebnis. Ruf der Wälder. Ein Film, den sie sehen müssen. Ruf der Wälder. Ruf der Wälder. Laurenti war in der Schколькуaden. Ruf der Wälder, der sie sehen müssen. Ruf der Wälder. Mein Gott ist oder έ objetos, drehen Sie immer und darf es, gib Engel. Das ist ein Film. Vögel, denn so ist nicht das so, wie er einen фильм reactscham, Untertitelung des ZDF, 2020